So mein Lieben Freunde Willkommen zurück zu Super Mario 3D World leider heute ein bisschen blöde Nachrichten ich habe Level gemacht und dann ist die also ist die Aufnahme abgekratzt und ich durfte alles muss jetzt noch mal alles neu machen allein ist nur die drei Level aber aus dem Scheiße was will man machen nochmal ist halt noch mal ach ist das schön was 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 das so gehen wir auf Oh Ja, dann! Unsichtbare Stern, genau das könnte es sein ich bin tot und was für die Hürde wird 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 bei nun die um bin ich wieder bin ich wieder bin ich wieder wuuu iphone ich hasse es das ist mir im letzten fall auch passiert so jetzt mit ganz viel konzentration wenn man nämlich nicht direkt a drückt dann passiert das natürlich auch nicht aber heißt das kann ja was wir machen jetzt am besten erstmal so weil ich weiß was wir dafür brauchen weiter als ich das level hatte ich alles hatte ich alles was heißt denn ich das kann ich nochmal alles einladen so 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 wuhu da wird der Part wahrscheinlich etwas kurzer außer ich war gar nicht bei dem Level Na doch, dann werde ich wahrscheinlich schon was Nachholen Was ich anscheinend vergessen habe, aber ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Schloss, Schloss. Epik. Da habe ich auch nicht so viel gefunden, deswegen konnte ich das ja nochmal nutzen. Ich habe nämlich nur den ersten grünen Stern gefunden. Und der ist ehrlich zu sein einfach nur mies. Das ist eine Menge. Da wird mal den kriegen wir. Ihr seht, ich werde ihn. Ich habe einfach mal alles gefunden. Ich weiß nicht, wie soll ich denn da dran kommen? Moment, du stehst so viel jetzt. Hm. Was ist da oben drauf, ist das mir ja klar, aber... Was ist da oben drauf, ist das mir ja klar, aber... Ich werde das jetzt nicht nochmal holen. Ich werde das jetzt nicht nochmal holen. Ich muss doch auch einen anderen Weg geben, anstatt diesen drei. Ich muss doch auch einen anderen Weg geben, anstatt diesen drei. Oh mein, ich werde mit dem Küchern irgendwas machen. Ich bringe einfach den Grünstern ab. Eigentlich kann ich jetzt direkt sagen Fack auf. So mache ich das auch. Aber ich weiß, wo alles ist. Geil. Warte. Ich könnte jetzt damit zurückgehen, aber das hätte ich eh noch mal machen müssen, weil ich den Stamp gefunden habe. Ich bin schon klar. Ich bin schon klar. Das war einfach nur blöd. Ich weiß nicht. Hä? Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt getroffen habe, ob das geht. Oh. Das ist gar nicht so richtig. Ich habe es irgendwie versucht, oder? Sieh nicht, aber okay. Oh. Der iPhone muss kaputt. Oh. Der Boden schreibt seine Bälle. Oh, mein Mann, ich muss die Portschritte. Und jetzt kommt ihr zu guter Fall Royale. WOOOOO! Das hat's to be. Geht das ernsthaft? Ich hab einfach mal seine Karre mit Boomerangs kaputt gemacht. Ich werde wahrscheinlich hier jetzt gleich eine Karzin einschalten. Jetzt gleich einfach die Karzin einschalten. Das ist voll die epische Zähne, die da kommt. Werde ich einfach jetzt hier zwischenschneiden. Irgendwann... So, Rotorz 5 war wieder... Ja... Anteil in Falt 5 war noch was rein. Ach so geht das. War jetzt einfach hart. Zweite Verschneiden... Oh... War jetzt mal. Hm... Oh... Ja... 어우... Krieg aus! die 2. Versteck von Schakamaka aber das ist schon interessant du bist so ein Idiot ich weiß was das ist das wird ein zu einem 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 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 6.0 5.0 Günther den Teufel ist der Urkündigung Bildung nach dem Ort Nicht springen, daran muss man immer denken. Ich muss natürlich gucken ob hier eine Landarte rumschwurrt, was lauere ich da, ne ich weiß nicht, ich lauere Crap. Ich kann die Stamps gucken, ja wie also soll das? Ich kann mal alles gefühlt, wie das mir jetzt nicht immer zwei holen. Da werden wir jetzt mal vorbeischauen. Das dritte versteckt er! Und Tüten, die das halten. Dann gibt es aber schon ganz schön wild. Dann gibt es nicht mehr. Dann gibt es nicht mehr. Dann gibt es nicht mehr die Stamps. Dann gibt es die Stamps. Das ist eine Stamps. Sie haben ja auch keine Stamps. Und zwar, das ist die Stamps. Man, das ist aber doch easy peasy, man! Noch ein Versteck! Das vor der Versteck, der Typ malt Feuerbrüder und jetzt noch härter. Ich komme mit Spendung. Natürlich so. Und tun sich selber auch wirklich dabei. Leichte Verletzungen sind Teil der Arbeit. Ich habe den Wunsch, der möchte ich noch mal mehr Glitzer lassen, weil... Ach, ne, das geht nicht so gut. Oh! So Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann Mario, Luigi, jetzt Luigi Felder macht das. Wie dann ist das? Oh, ganz so lang. So Leute, dann würde ich mal gerne sagen, ähm, Subscribing wird cool, nicht was? Äh, like and call me, like and call me, egal, nein, das bin ich nicht. Aber es freut mich natürlich, äh, wie jeden. Halt. Natürlich. Also, es seems let it, oder? Ne? Ja, und damit haben wir nicht im Part. Tschau.